Das war's für heute! Schöne Judo-Bonjour! Also, mir hat den Jolo alles mal gesucht. Ähm, ja, ich will kurz ein Paradies, äh... Okay. Ah, das Ding. Ich hab jetzt auch geklemmt ein bisschen. Oh, nee! Es kann schon noch geklemmt sein, äh! Wieso? Äh! Pid-Wir wollen wir überall gucken! Die fucking Bitch aus Nierens zu vorn! Ah p-draff, wenn ich in Kontrolle Ding erspanns! Ja, jah! Das ist auch nütz! So was die dumme kleine B***h Ich habe die Verteilung und ich habe alles durchgeguckt Ich habe mich nicht durch Ich habe einen neuen Kontrollen umgebracht Ich habe einen Ungeschirr Opa mit Von dem Mädchen kam einer mit dem Raum Ich 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 Moment Moment Okay Ähh 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 Ich bin da drücken A fremdes Mädchen Ok ich mache mich durch und kitty ja schon noch lange gefahren Oh, du peinst sie mir auf, Gott. Zum Wollser, so kommt keiner rein. Schwario Iverall. Frosty Bitch. Da gibt es einen Wassergurt, da ist sogar eine riesen Schlange, leben wir, Mako, blablabla Wolltei immer noch, äh, Wolltein, so, oh Ja, Changsa, blablabla Ah ja, ich habe schon schon ein Kero-Slogel, jetzt, äh, normalerweise laufen alle Materie, Aka Substanz Wir wollten aber, ähhhh, was haben sie geschrieben, da da da, da da da, da Maybe fünf substanceen wäre noch das Leben Staff zu Taken Wuhu, ob eine gleiche Substanz sind , ich weiß nicht, ob es gut oder schlecht wäre Na, ja, nicht Was hat das f***ing Jufilohemorek erfunden? Ich kann nicht sagen, wo ist das? Weitergehen Das ist offensichtlich Das sei weitergeht Spannend, nicht mehr ran Nervig, 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 nervig Wir sind auf Und hat das Leute interessieren Ich habe Geschlecht, die Klänge Bums Wir haben vierfach Kohlhut Wir haben die Kopfhörer Ich habe ein bisschen viel Aber Was willst du? Ich fand das verfickte Euphi-Net Oh, das verletzte Euphi-Net Anscheinend, er hat auch mal durchgeguckt Was ist schlau, Heinz? Heinz, du! Hm? Wenn du allgemein durchgeguckt hast, gehst du in die Bär und dann... Dann, 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 dann findest du, was dann durch Ähm, ja Geh mal runter, ach Ich wusste nicht, dass ihr schon fett, da musst du die Bärs, da musst du zertrümmern Ich wusste nicht, wie du das schlau Ich wusste nicht, wie du das schlau Miao, miau Oh, warte Noch ein bisschen pasch Ich muss ja irgendwann mal einen Controller kaufen Und nein, es gibt keinen Xbox-Controller, selbstverständlich wie Plasix-Controller Aber was ist dabei? Das ist eine Diskussion wo ich mit Leuten vorbeigehen kann Das wäre total neuer von Nash Okay, 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 frei Okay, gut, wenn ich zuerst Ähm, da läuft auch mein Herr und ähm Was von der dumm Tür für Heimat? Ich habe keinen Meter mehr, schon gut neuer Und ich habe einen Tür für einfach nicht Schließend gut aus Ähm, ja Was ist da was? Erstmal eine kleine Break hier und dann sehen wir uns Also, wir sehen uns Und anscheinend nach hinten Gell? Ich muss hier auf der Krug sein Hier lebst überall hin und dann Wir sehen uns hier Ähm, auf der Krug ein paar Dinge Aber mein bestes Willen Ich fand die Tussi nicht Also Ähm Gell? 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 Ja, ähm Ja, statt Futeil blablabla Äh, Futeil angekommen Gell? 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 Ich muss hier auf der Kugel nicht suchen Gell? Der Tisch muss alle Haus Gell? Ach, korrekt, check Also in der Reihe Ähm, der Tisch, da ein Schildkrötenparadies Ähh Ähh, ruhiger Ort, gell? Auch hier betrachtet dann auch hier und dann hier Ich würde hier anscheinend müssen sie ziehen Gell, links Du kannst es doch sehen. Ja, warte. Hau und Zeit wird wie eine Besitzer. Ja, dann, Ahoi. Schwiegst du nur alles durchzuschnecht und frühstum tutst du einfach nicht. Wieso das? Was ist das denn? Ich fand das einfach nicht. Äh, kann ich nicht sehen, das tut. Äh, ja. Kommen wir zu weit. Ich schaue einfach mal nach der Vollzeit ab. Ich schaue, dass ich jetzt viel fand. Und dann, äh, verrunde ich mich gemacht. Und sorry, dass das heute so richtig produktiv war, aber, ähm, gut geht mit. Trotzdem, einen schönen Tag noch. Tschüss!